Und weiter geht's mit Rollercoaster Tycoon 4. Wir sammeln erstmal hier unsere Kohle ein und machen unsere Leute, die hier halt in unserem Park sind. Die machen wir erstmal ein bisschen glücklich. Sehr schön. Dann reparieren wir das hier auch gleich. Na, hallo? So, das war genial. Alles klar, was ist hier? Ohne Toilette wird es bald ungemütlich. Alles klar, wir brauchen eine Toilette. Dekoration, gibt es hier Toiletten? Ne, mit Sicherheit nicht. Gehen wir mal zurück, dann nehmen wir hier Achterbahn, Attraktionen, Hotels, Geschäfte. Wo können hier eine Toilette nehmen, ey? Was ist denn das? Erstmal bauen wir einen Kaffeestand. Wer kommt da hin? Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal auf hier rauf. Was ist hier? Nein, ich baue eine Toilette, Alter. Gibt's da ja nicht. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir einen Weg bauen können. Oder was haben wir hier noch so? Achterbahn. Wie viel Kohle haben wir noch überhaupt? 14.000. Nehmen wir hier hoch erstmal raus, machen das mal weg und machen das weg. Unser Achterbahn fährt gerade. Ziele, was haben wir hier? Sammeln, Ticketscheibe. Ne, Achterbahn wohl liegt noch nicht. Ne, Attraktionen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hier hin klatschen können? Alles klar, hier gibt's eine Erfolge, die sollen wir uns auch ansehen. Wissen wir Bescheid. Dann gehen wir mal nochmal auf Attraktionen und gucken, was wir hier noch bauen können. Erst ab nächster Stufe dann frei, dann können wir hier mal auf Hotel ziehen. Mehr Münzen nötig, alles klar. Wie teuer ist das? 11.000. Gut, da haben wir jetzt erstmal nichts mehr von. Das haben wir gerade gebaut, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Dann sammeln wir das hier alles noch schön ein. Dann sammeln, verkauf, versetzen. So. Gut, soweit haben wir erstmal wieder alles gebaut, was wir bauen konnten. Hier sehen wir einen Geschenkeladen. Dann haben wir hier am Start einen Eiscremestand. Dann ein Karussell. Hier oben Kettenkarussell. Dann haben wir hier natürlich eine Achterbahn, den Würgereiz am Start. Hier hinten, sind das nicht die Toiletten hier? Ne, eine Fotokabine, sorry. Dann haben wir ein Riesenrad am Start. Dann haben wir hier ein Coolit-Gebäude, ein Atari-Geisterhaus. Dann bauen wir gerade den Wirbelsturm, haben daneben den Kaffeestand, den Baumaukart aus. Außerdem haben wir noch einen Ballonstand. Diese Fahrt war rasend schnell. Jo, die Snacks sind toll hier. Was haben sie sonst noch alles? Dann haben wir hier einen Pizzastand. Hier haben wir ein Kinderlokal. Dann sammeln wir, ich bin der größte Tycoon, alles klar. Und hier haben wir die Krake am Start. Dann haben wir hier den Park Seierlist. Also das ist halt, wie gesagt, der Park an sich. Hier seht ihr den Parkplatz. Der ist knüppeldicke voll. Also hier ist Jutbambule. So, wir haben jetzt eh keine Kohle am Start. Also können wir erstmal nichts bauen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen sparen, um hier ein bisschen weiter zu kommen. Aber so, cooler Park schon mal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den soweit schon hab. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie weit ihr seid. Ob ihr vielleicht schon viel weiter seid, als ihr. Ich meine, ich zockt das noch nicht lange. Von daher kann ich das auch verstehen. Wenn ihr viel weiter seid, dann können wir hier mal ruf gehen. Dann können wir das einfach mal machen. So, mehr Münzen nötig. Alles klar. Dann schließen wir das auch. Gut, wie gesagt, wir sind erstmal durch für heute. Ja, der Wirbelsturm ist auch bald fertig. Nein. Der Sound geht mir langsam irgendwie ein bisschen auf den Sack. Sag einem Bescheid. Wir treffen uns in meinem Park. Alles klar. Dann haben wir hier ein paar Ziele. Mehr Land, mehr Spaß, willkommen. Mann, ey, wir haben für nichts. Kohle ist doch zum Kotzen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal sparen. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen was sparen, dass wir hier noch ein bisschen was hinklatschen können. Und jetzt scheffeln wir erstmal Kohle. Wie gesagt, wir sind erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschö.